So, unser zweiter Stopp hier am Roadtrip ist das Haus Sonnenglück in Arnoldstein in Südkärnten, direkt am Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien. Ich zeige euch gleich mal, wie das Haus ausschaut. Jetzt erstmal einmal ganz kurz einen Blick in die Umgebung hier. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. So, das hier ist das Haus, direkt am Carport daneben an und die Berge sieht man jetzt gerade gar nicht. Ich gehe mal kurz, weil wir müssen den Schlüssel abholen. Wir müssen also den Schlüssel abholen hier am Lift, weil da ist direkt hier der Lift für auf den Berg zu kommen. Das ist nochmal das Haus von der Seite, gleich gehen wir auch rein und dann zeige ich euch das Haus. Hier aber gleich erstmal die Liftanlagen. Also wir haben jetzt knapp über 30 Grad, es ist Hochsommer und hier sind die Liftanlagen, die Berge. Hinter mir ist auch ein sehr großer Berg, das sieht man jetzt gerade gar nicht. Und wir holen uns jetzt den Schlüssel, dann geht es rein, dann zeige ich euch mal den Rest. Also bleibt dran. So, die Schlüssel haben wir jetzt geholt. Hier aber nochmal ein kurzer Blick. So, da war eine Stufe zum Garten. Wir haben halt hier draußen eine Sitzmöglichkeit, einen Grill. Oben die Terrasse nochmal. Dann hier einen feuerfesten Platz für den Grill. Und hier im Garten gibt es einen Bach. Da gehen wir mal eben runter. So, das ist ein bisschen versteckt hier an der Stelle. Da kommt man auch nicht wirklich hin. Aber es fließt auch gut Wasser. So, das ist zumindest hier das Haus. Und jetzt gehen wir rein. So, und im Schuppen da, da gibt es noch Liegen und noch ein bisschen Equipment. So, Sesam öffne dich. Wir kommen rein. Das macht einen sauberen Eindruck. Steht doch da frisch desinfiziert. Das hier ist schwul. Und hier kommen wir in den Wohnbereich. Der Kühlschrank ist ausgeschaltet. Klar, wir sind jetzt hier heute auch Gäste, die vorherigen oder vorher war das Haus nicht belegt. Deswegen ist hier auch alles auch noch dunkel. Was haben wir hier geradeaus? Eine Toilette. Ach, hier ist die Waschküche. Und eine Toilette. Lego-Bausteine. Und dann gehen wir mal hier weiter. Kaffee, eine Espresso-Maschine. So, hier gibt es noch. Eine Liedbestätigung. Handtücher. Also hier ist noch alles runtergezogen, seht ihr. Hier sind ein paar Spiele. Kamin. Sofa. Dann hier der Fernseher. Hier geht es raus. Wir machen mal ein bisschen Licht hier. Und dann geht es auch schon hoch. Einen zentralen Temperaturregler. Es ist auch angenehm kühl hier drin. Die hatten wirklich alles zugezogen. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Mal gucken, wo hier der Licht schaltet. Ich sehe einige vor mir. Ich drücke einfach mal alle. Und fange hier rechts an. Dann drücke ich auch mal auf dem Lichtschalter. Hier haben wir also ein Schlafzimmer. Doppelbett, Sessel, Kleiderschrank. Leiderschrank. Und für die Kleinsten ein Reisebett. Dann ein Föhn. Eine Dusche. Toilette. Waschbecken. Und weiter geht's. Noch ein Bad. Diesmal mit Badewanne. Und noch eine Toilette. Da besonnen es drei Toiletten hier im Haus. Und hier ist dann noch ein Schlafzimmer. Ein Doppelbett mit Pelz. Großen Kleiderschrank. Nochmal Sessel. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir hier nicht rausgucken können. Was wir hier für einen Ausblick haben. Weil hier war ja die Terrasse. So. Und da werden wir auch mal eben rausgehen. Die Terrasse mit zwei Schaugeschehen ist jetzt unheimlich warm. Mache ich gleich wieder zu. Das ist der Ausblick hier in den Garten. Und dann geht's wieder rein. Und dann ganz speziell. Hier kommt dann also nicht jeder. Das seht ihr. Hier geht's hoch ins dritte Zimmer. Mal gucken, wie ich das jetzt mache einarmig. Also. Hier oben ist ein Bett. Und da ist noch ein Bett. Ich mache mal eben aus. Also hier ist der Dachstuhl wirklich gut genutzt. Hier oben ist auch die Heizung. Dass der einzige Raum auch gut Fenster auf ist. Und hier sind zwei Betten. Auch Ventilator. Und ein Treppengitter. Das heißt, es empfiehlt sich hier auf jeden Fall zuzumachen. Sonst fällt man hier runter. Und also was ich gerade entdeckt habe. Die Leiter war ja gerade senkrecht. Man kann die hier unten ein bisschen ausziehen. Dann hat die zumindest ein bisschen weniger Grad. Und man kann da gemütlicher hoch. Ja, das Haus selber haben wir von Airbnb. Ich verlege das mal oben in der Infokarte. Und auch unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, bis jetzt macht es einen ordentlichen Eindruck. Das Haus hat WLAN. Fernsehen. Liegt direkt am Skilift. Aber auch am Lift für uns jetzt, um hochzufahren. Auf dem Berg. Und ein idealer Ausgangspunkt, um dann weiterzufahren nach Kroatien. Ja, hier nur noch ein paar Aufnahmen zum Abschluss aus der Luft. Wir sind mit der Drohne einfach im Garten mal ein paar Meter hochgegangen. Und nach ein paar Tagen im Haus muss man sagen, das Haus ist sehr schön. Es hat aber auch schon leichte Mängel. Und das haben wir auch dem Eigentümer entsprechend mitgeteilt. Da muss also das eine oder andere nochmal in Stand gesetzt werden. Aber das Haus liegt sehr, sehr schön. Man kann von dort sehr gute Ausflüge machen. Und es ist im Prinzip zu empfehlen. Vor allem aber im Winter zum Skifahren. Weil da läuft der wirklich nur ein paar Meter. Und das seht ihr gleich, wenn ich hier ein bisschen rumschwenke. Ihr habt es am Anfang des Videos auch gesehen, als ich die Schlüssel abholt habe im Skilift. Das waren vielleicht 200 Meter. Und da könnt ihr mit dem Ski fast bis ins Wohnzimmer wieder fahren. Also genießt den Rundumblick hier noch. Es war an dem Tag ein bisschen bewölkt. Und auch schon gegen Abend. Und ja, mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Bleibt dran. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal. Drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.